...de-de-de-de-de-de... ...Hua! So, kenners! Machen wir hier halt mal instant. Alter, du hast im Voraus gesnipet. Machen wir uns hier mal... ...zu den neuen... ...Gegenden... ...Attraktion, ey. Wie hoch geht's hier denn? Ich hab so das Gefühl, es ist noch mal wieder Zeit für die... ...F5-Taste. Boah, Alter, ist das dein Ernst? So was kann ich doch gar nicht. Kann ich hier nicht kriegen? Autsch! Kann ich nicht kriechen? Ich konnte doch früher kriechen, oder? Ging das nicht? Ah, du... Ah! Kamera lässt sich natürlich auch nicht... ...zentral hinter den Bären teleportieren, ne? So... Ach, 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 Gott. Ach, 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 Gott. Ach... Oder so... So geht's auch. Sollen wir es mal wagen, Freunde? Geil! So! Hier ging's zu den... zu den Tieren. Jetzt besuchen wir erst mal Wumbumumbo. Gott, was der für unsere Frage hat. Nee, wir holen jetzt hier erst mal das Kackkind. Ja, ich bin am Verhungern. Wenn du mir ein paar Pommes ausgibst, gehe ich zurück zu meiner Mami. Ihr kleinen Scheißkinder. Und der dicke Bär dahinten will bestimmt so einen verrotzten Burger, oder? 100 pro. Und, Digger. Alter, der bläht ja auch noch in der Gegend rum, ey. Ich habe solchen Hunger. Glaubst du nicht, dass du genug hattest? Wie, malst du noch einen Hamburger? Dann suche ich meine Mami. Ach, du Scheiße. Ja, die moderne Jugend. Machste nix, Alter. Machste nix. Hier wird's natürlich hochinteressant, ne? Geil. Guck mal, was ist denn hier los? Ah, ne Bahnhofsschalter. Cool. Jetzt ist natürlich die große Frage, kann ich die RIP-Dinger hier auch öffnen? Äh, Moment. Wie verstelle ich's nochmal, die Eier? Okay, hat nicht funktioniert. Gut, alles klar. Der Dicke will einen Hamburger und das Mädel will eine Pommes. Aber hier darfst du ja nicht mit Essen rein. Fuck, wie mache ich denn das dann? Muss ich dann mit dem Zug reineimern oder wie? Scheiße, das wäre mir zu einfach. Wabbel de Schwabbel de Loda. Alternativ gibt es hier nicht viel, ne? Warte mal, jetzt wechseln wir... Shit! Erstmal auf Kazooie. Und jetzt auf Banjo. Oh gut. Pfff. Ne. Hä? Funktioniert das? Oder andersrum. Mit dem Bär und dann mit Kazooie. Genie. So, keine Ahnung. Alter, da ist ja ein Hühnerfuß. Sollt er wahrscheinlich doch mit Kazooie. Ich kapier's grad nicht. Mal gucken, ob's klappt. Haha, nice. Na klar. Gibt's mir ja gleich denken können. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, viel zu schnell. Oh Gott. Nicht zum Netzt. Oh Gott. Äh, safe state. An den richtigen Stellen langsamer. Halbe Miete. Shit. Wo bin ich? Ach geil, wie komm ich jetzt hier runter? Ihr seid ja lustig. Oh Gott. Oh Gott. Wir gehen jetzt erstmal zum Chef. Alter, weg. Weg mit dir, Amateur. Na, Mumbojumbo. Willkommen zurück, Bär und Vogel. Wir haben ein Lobo. Wir müssen sauber wissen. Oh Mumbo, wenn wir Hilfe wollen. Wollen Mumbo Hilfe? Ja. Natürlich. Brauchen die ja nicht, mit denen wir gehen können. Der Typ, Alter. Ach scheiße. Ja, jetzt bin ich ja wieder Mumbo. Oh, ich hab das schon vergessen. Oh Gott. Ach Gott. Was kann ich denn mit dem Lappen machen, ey? Scheiße. Nix, ne? Was gab's hier hinten? Ah, stimmt. Den Globo. Also. Gut. Wir haben Mumbo. Erstmal raus hier. Rest sehen wir dann. Also ich weiß, dass es im UFO-Center was gab. Was ist denn mit euch hier los? Hau doch nicht ab. Grillratte. Im Bahnhof gab's nix, ne? Nee. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Alte hier grillen können. Hä? Was willst du denn hier? Ich glaube, du gehst besser wieder. Oh. Na gut. Alter, wie er ausrastet. Was bestellen kann ich bei dir auch nicht. Schade. Alter, die Musik. So, was gehen jetzt hier ab? Hoffen, das funktionieren. Energie. Okay. Jetzt hast du den Eintritt für die Hexenpark-Premium-Attraktion. Ach, das muss ich mit dem Auto machen. Ach, hier ist ja noch so ein Kifferkind. Ach, nö, jetzt muss ich da wieder mit... Oh, mit Banjo... Das haben sie echt ein bisschen doof gemacht. Der ständige Wechsel hier. Ich hoffe, jetzt hier ist auch für immer offen. Wäre halt echt gut. Gehen wir denn auf den Keks? War hier nicht auch noch was? Dann muss ich ja wieder mit dem Auto hin, oder was? Oh, Leute. Hau gleich ab. Oh, komm. I'll go, go, go. Nice. Oh. Nicht so nice. Okay. Äh... Gut. Ist hier auch mal Licht in dem Laden. Ah, ne, da benutze ich Banjo. Weg hier. Ich glaube, das war's schon mit Mumbo, oder? Kann das? So, zurück. Momentan fällt mir nix ein. Wollen wir noch was effektiv holen könnten. Du brauchst hier dringend echt mal einen Aufzug. So. Ich glaube. Oh. Oh. Lop. Weltraumzone. So, zuerst mal den hier. Der sieht mir noch am einfachsten aus. Na, komm her, komm her, komm her. Ach du Scheiße. Na, wenn du hier einmal abschmierst, ne? Ist auch over. Ach du Heiliger. Scheiße. Ah, keine Legs bitte. Keine Legs. Jetzt. So, wie komm ich jetzt hier wieder runter? Oh. Oh, oh. 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 Wow. Abgefahrene Scheiße. Okay. So, bei einem anderen Typen brauche ich das Geldauto. Ach komm, wir holen es gleich. Wir haben ja hier gediegene Abkürzung. Da geht das alles, ja. Ho, ho, ho. Ho, ho. Hexenpark. Ho, ho. Fetzt. Das macht so viel Spaß mit dem Panzer hier. Ha, weg da, du Amateur. Höher. Hehehe. So. Bezahle ihr den Eintritt zum Knochen... Was? Oh Gott. Wie was mit Knochenbrecher? Wer reinspaziert. Der Eintritt ist bezahlt. Muss ich das jetzt als Auto machen? Geil. Oh Mann. Oh, wie umständlich. Da schläft einem echt sichtbar ein, Leute. Sorry, aber das geht halt gar nicht. Oh. 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 Falschtaste. Ne, dahinten. So, Knobrecher-Scheiße. Gut, ich mache an der Stelle aber auch mal einen kleinen Break und gucke mir die Aufnahme bisher an. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Slachsi. Ciao!